Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Udin und ich begrüße euch zum Hardware-Video. Ich hatte eben aus Versehen anstatt Hardware schon gleich Hardware-Check gemacht, aber wir wollen uns die Hardware natürlich nochmal angucken. Von diesem externen Lautsprecher von der Firma Asher. Leute, ich will es nicht falsch aussprechen. Asher. Wir haben hier hinten gummiert, also hier Plastik, hier ist eine Mitte gummiertes Plastik, also ist, denke ich mal, Plastik gummiert, aber ist ein bisschen weich hier alles, hier oben nicht. Aber hier in der Mitte ist weich, hier ist hart, auf der Seite und hier unten auch. Wir haben hier ein Drehrad, was gleichzeitig auch Knopf ist. Da passiert jetzt nichts, wenn ich hier drauf drücke, weil die anderen Knöpfe sind hier oben, die gucken wir uns gleich an. Aber hat einen angenehmen Druckpunkt und auch das funktioniert sehr sauber und sehr gut. Und dann haben wir auf der Rückseite, auf der anderen Seite haben wir hier nochmal sowas. Hier seht ihr unten so einen kleinen Laschen, den können wir hier abmachen. So. Das gleiche so ein bisschen Spritzwasser schützt. Und da haben wir dann da einen Micro-SD-Karteneingang, einen USB-Eingang zum Strom drauf machen und da ist ein Kopfhöreranschluss. Und ihr habt im Pack, wenn ihr das kauft, auch einmal ein USB-Kabel zum Laden und einmal ein Kopfhörerkabel, ein Kopfhörerkabel, um natürlich euer Handy, euer, was weiß ich, damit zu verbinden. Ich habe es mit meinem Samsung Galaxy S5 gemacht und funktioniert sehr sauber. Ich habe auch noch zusätzlich die Möglichkeit, wenn man nicht per Kabel will, per Bluetooth zu machen. Seht ihr das? Bluetooth. Und da haben wir dann an, aus und da nochmal laut, leise, nee, vor, zurück. Das hat bei mir jetzt nicht funktioniert. Es kann sein, dass es bei euch funktioniert, weil ich habe jetzt schon Android 5.0.1 oder 0.0.0, keine Ahnung, 5.0 habe ich drauf. So, aber wir machen das jetzt erstmal an, dass wir uns das mal angucken können. Wenn wir das anmachen, ist automatisch der Bluetooth-Mode an und ihr habt hier unten drei rote Punkte für Bluetooth. Strom. Hier oben blinkt der Bluetooth-Mode. Wenn wir den jetzt ausmachen, so, dann blinkt der noch schneller. Das ist sehr nervig. Na, warum wird es denn jetzt nicht angehen? Hatte ich vorhin schon die Probleme, dass wenn er immer aus war, nicht an wollte, mit Bluetooth, da dann einfach ausmachen, dann kommt dieser Ausmach-Sound. Bluetooth-Mode. Und das gleiche in Bluetooth-Mode. Das hatte ich nämlich vorhin auch. Dann haben wir hier noch vor, zurück. Die Druckknöpfe, also funktioniert recht gut, muss ich sagen. Wenn wir jetzt hier Bluetooth-Mode jetzt nochmal ausmachen. So, es blinkt wieder. Das ist irgendwie der Sound von Nachricht. Sie haben Post. Kennt ihr diese Geräusche? Sie haben Post. Und es geht halt nicht mehr an. Das ist halt ein Nachteil. Aber wenn wir ausmachen und wieder anmachen, geht das automatisch an. Wenig Knöpfe, wenig Funktion. Braucht auch gar nicht so viele Funktionen. Und so viele Knöpfe. Funktioniert so. Im Test hat es jetzt super funktioniert. Ich werde es jetzt auf jeden Fall unterwegs mal mitnehmen und mal testen, wie es jetzt ist. Oder auch zu Hause beim Putzen jetzt mal mein Handy dran klatschen und dann mal ein bisschen testen. Den müsste ich aber vorher erst mal ein bisschen Musik auf mein Handy machen. Bin ich da mal sehr gespannt. Ich werde auch mal versuchen, ob ich es mit dem PC finde. Ob ich es vielleicht sogar als externen Lautsprecher für den PC nutzen kann. Das wäre natürlich auch geil. So. Aber nichtsdestotrotz, das war es jetzt erstmal zum Hardware-Video vom A- Asha, 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 Asha. Keine Ahnung. Und, ja, das legen wir mal mit dieser Ladestation rüber in die Testzone. Dass das immer in den Augen bleibt. So, Bluetooth erstmal wieder ausmachen. So. Die lege ich jetzt hier rüber in die Testzone. Dann weiß ich Augen drauf und immer mal wieder benutzen. Hier sind noch neue Geräte, die jetzt auch noch drankommen. Und die sind jetzt im Test schon. Ja. Und dann würde ich mich jetzt auch erstmal verabschieden. Ahoi. Sagt euer Odin. wieder verabschieden. felicidades.